Hallo, mein Name ist Gamera und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Heavy Rain. Ich bin jetzt wieder im Spiel und ich gucke mal ganz kurz, was wir hier im Spielstand schon gemacht haben. Ich hoffe, dass es nicht alles futsch, aber ich würde sagen, dass wir dann einfach... Äh, hallo? Ähm. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade hier gar nichts mehr machen kann. Was ist denn das für ein Scheiß? Hier, kannst du nicht mehr... Okay, ich, äh, mach mal ganz kurz irgendwie ein paar Gedanken. Er hat Probleme. Ich kann nicht einfach weggehen und ihn sich selbst überlassen. Ja, das ist natürlich gut. Er ist völlig neben der Spur. Was zum Teufel ist mit ihm passiert? Tja, ich denke mal, das werden wir, äh, auch in Form von Madison rausfinden. Das geht mich nichts an. Ich lasse ihn da und sage an der Rezeption Bescheid. Ich helfe ihm erst und dann stelle ich Fragen. Okay. Er will nicht ins Krankenhaus? Warum? Okay, alles klar. Ich denke mal, wir quatschen einfach nochmal mit ihm. So, komm schon. Ah, jetzt haben wir natürlich alles nicht gemacht, ne? Wir sind wohl ein oder zwei Rippen kaputt. Ich werde schon nicht sterben. Ich würde sagen, wir machen... Aber es tut sau weh. Ich würde sagen, ich mache nochmal genau das gleiche, äh, wie eben und melde mich dann gleich wieder bei euch. So, dass ihr das nicht wieder, äh, miterleben müsst und mithören müsst. Also bis gleich. So, meine Freunde, jetzt sind wir wieder an der gleichen Stelle. Jetzt desinfizieren wir mal seine Wunde. Ich hoffe, dass es, äh, diesmal klappt. Ich infiziere ihre Wunde. Könnte etwas wehtun. So. Ganz ruhig, ganz ruhig. Sehr schön. Äh. Aua. Sorry. Alles klar? Guck mal, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz langsam. Sehr gut. Alter. Der nimmt die Comments irgendwie nicht an? So, jetzt. Sehr schön. Das dürfte auf jeden Fall geholfen haben. Die Wunde ist gesäubert. Danke. An ihrer Stelle würde ich mich lieber ein paar Tage schonen. Ich, ich brauche eine Dusche. Okay. Ich helfe Ihnen. Okay. Und hopp. Ja, der arme Iven. Wenn sie wüsste. Sagen Sie, wenn Sie was brauchen. Wenn sie wüsste, was los ist. Ne, 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 ne. Nicht gucken, nicht gucken. Reden Sie. Dann weiß ich, wenn Sie umkippen. Wie heißen Sie? Ähm, Madison. Madison. Wohnen Sie hier im Hotel? Nein, ich wohne in der Stadt. Ich leide an chronischer Schlaflosigkeit. Ich kann nur in Hotels schlafen. Keine Ahnung warum. Wenn ich zu müde werde, dann verbringe ich die Nacht hier. Ich, ich bin auf der Durchreise. Was machen Sie sonst, Madison? Wenn Sie nicht Bremde verarzten. Ich bin Fotografin. Ich fotografiere Möbel für trendige Designmagazine. Und Sie? Ich, ich bin Architekt. So, schauen wir nochmal. Höh? Ah, er ist fertig. Okay, alles klar. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Ich setze mich einfach mal, äh, hier hin. Ja, das hoffe ich doch mal. Nee, bleib doch da. Bleib doch einfach da. Du hast doch bestimmt noch Fragen. Ob das so funktioniert mit dem Aufpassen, weiß ich auch nicht. So, jetzt spielen wir Ethan. So, das erste Rätsel hat er leider verkackt. Das ist leider das, das Bittere. Jetzt müssen wir mal schauen, was das nächste Rätsel sein wird. Ich hoffe, dass wir das nicht auch noch verkacken. Ansonsten wird es echt schwierig mit der Rettung von Sean. So. Nummero zwei wäre das nächste. Ich denke mal, dass dies wirklich, äh, aufeinander aufbauend ist. Dass wir nicht irgendwie vier oder fünf schon machen können und, äh, dann vielleicht wissen, was passiert. Sind sie bereit? Äh. Alter. Jetzt konnte ich es leider nicht vorlesen. Ich weiß nur, sind sie bereit zu leiden? Okay. Ja, auch schön. Ja, ich wüsste jetzt gerne, was, ähm, was da gewesen ist und was, äh, was da stand. Das ist jetzt ein bisschen bitter, finde ich jetzt. Aber naja, egal. Jetzt sind wir auf jeden Fall beim FBI Agent Norman und, äh, mal gucken, was er so treibt. Er müsste ja normalerweise jetzt, äh, in diesen, äh, äh, Origami-Laden gehen. Mittwoch, 16 Uhr 26. Sie hätten schießen sollen. Nein, hätten wir nicht. Wie? Da drin. Er hätte schießen können. Mich töten. Warum haben sie gezögert? Bevor ich so eine Entscheidung treffe, brauche ich alle Informationen. Ich ziehe es vor, mit dem Verstand zu arbeiten. Ach kommen Sie, es ging um den Bruchteil einer Sekunde. Ich hätte vorher tot sein können. Na, wäre vielleicht, äh, besser gewesen. Wir machen es mal ironisch. Oh, das tut mir leid. Ich dachte, sie wären knallhart. Ein Bulle, dem niemand was anhaben kann. Ich habe sie wohl falsch eingeschätzt. Verpissen Sie sich, Norman. Verpiss dich doch selber, Junge. So, wir warten jetzt tatsächlich vor dem Origami-Laden. Das ist er. So, schnell raus hier. Den schnappen wir uns auf jeden Fall. Ah, nee, das war ein Tattoo-Laden. Alter. Lauf. Lauf, Norman. Du bist doch drin hier. Oh Gott. So, komm, komm. Pusch dich. Gib Gas. Hol ihn dir. Nein. Oh mein Gott. Shit. Das war schlecht. Oh, ich hasse diese Quick-Term-Events. Die verkacke ich doch dauernd. Mann, jetzt. Und. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Alter. Oh. So. Und noch mal. Oh. Alter, oh. Den hab ich gar nicht gesehen. Äh. Alter. Das war eine gute Entscheidung. Oh. Und zack. Jetzt haben wir ihn. Gott sei Dank. Aber er läuft weiter. Nein. Oh Mann. Oh. Äh. Oh. 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 Jetzt wirft er schon mit Hühnern um sich. Mann. Jetzt. Geht doch mal weg da. Äh. Gleich haben wir ihn wieder. Aber wo? Das ist eigentlich das perfekte Versteck. Aber er kann nicht weglaufen. Jetzt müssen wir aufpassen. Komm schon. Konzentrier dich, Norman. Alter. Die Steuerung. Alter. Wo ist der Typ? Hier ist er nicht. Okay. Okay. Ah. Alter. Hab ich mich erschrocken. Meine Güte. Boah. Stark. Wir kriegen ihn. Wir kriegen ihn. Wir kriegen ihn. Sehr gut. Sehr gut. Und. Und. Komm. Komm. Drück. 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 Oh. Moment. Du schaffst das. Nein. What the fuck. Komm 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 Und jetzt haben wir ihn eigentlich. Normalerweise müssten wir ihn haben. Das bezweifle ich, Kollege. Das bezweifle ich. Der wird wahrscheinlich weggelaufen sein, weil er irgendwie was anderes vermutet hat. Aber der Origami-Killer wird er nicht sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Mittwoch, 19 Uhr, 28. Wir sind bei Detektiv Shelby. Der hat sich gut angezimmert anscheinend. Alter. Wach auch auf, du Bär. Komm schon. Der hat sich angezimmert, definitiv. So. Ich denke mal, dass wir erst mal Licht anmachen. So. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen um. Was haben wir hier? Inhalator. Ja, besser ist. Jetzt geht's dir bestimmt schon viel besser. So, was haben wir hier drin? Ja. Genau. Erst mal einen trinken. Nee, nee. Das lassen wir mal. Das lassen wir mal. Gucken wir uns erst mal die anderen Sachen noch an. Das ist, glaube ich, viel interessanter. Ähm, die Dienstmarke. Er ist anscheinend wirklich ehemaliger Lieutenant oder sowas. Ähm, die Waffe. Nicht, dass er sich die jetzt an die Schläfe hält oder so. Aber zumindest wissen wir, dass da eine Waffe am Start ist. Das ist schon mal ganz gut. Hoffentlich benötigen wir die nicht. Das wäre dann eben nicht so gut. So. Jetzt schauen wir uns mal die Unterlagen hier an. Ich frage mich, was er für einen Auftrag hat. Warum er so besessen nach dem Origami-Killer ist. Das ist wirklich interessant. So, das fand er jetzt anscheinend nicht zu spannend. Okay. Dann stehen wir mal auf. Hm. Was haben wir hier drin? Oh, nichts Tolles anscheinend. Na ja, gut. Ich denke mal, dass wir uns einfach mal seine Gedanken anhören. Dann wissen wir, wonach wir suchen. Äh, Asthma? Die verdammte Feuchtigkeit nimmt mir die Luft. Hoffentlich hört der Regen bald auf. Na ja, gut. Wir haben dir ja ein bisschen was gegeben. Die Pause war nötig. Ich schlafe schlecht, seitdem die Morde wieder begonnen haben. Okay. Versuchung. Ich habe mit den Eltern aller Opfer gesprochen und habe nur ein Telefon und einen Karton mit Origami-Figuren. Alle Zeitungen schreiben über Sean Mars, den verschwundenen Jungen. Okay. Wir gucken uns mal ganz kurz hier um. Vielleicht ist hier irgendwas Interessantes noch. So, hier sehen wir die ganzen Zertifikate und so weiter. Er war auf jeden Fall, oder ist auf jeden Fall ehemaliger Polizist. Das ist schon mal ganz gut. Hier ist eine Karte. Ich glaube nicht, dass wir die aktuell brauchen. Gucken wir uns mal hier nochmal um. Nee, da kann man nichts machen. Okay, dann gehen wir mal in die anderen Räume. Irgendwas Sinnvolles müssen wir ja hier tun. Damit wir nicht Zeit verplempern. Denn Sean Mars ist auf jeden Fall in Gefahr. So, hier ist das alte Bild anscheinend von ihm. Ja, er scheint irgendwie suspendiert worden zu sein oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr kurios. Hier wird es wahrscheinlich ins Bad gehen, ja. Komm. Erfrisch dich mal ein bisschen. Dann geht es dir auch wieder gut. Super. So, duschen wollen wir... Duschen wollen wir dich eigentlich nicht lassen. Okay, wir gehen jetzt einfach mal zur Tür. Mal gucken, wer das ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, also von der Hand her sah das tatsächlich aus wie Madison. Da bin ich mal gespannt. Wer sollte uns jetzt besuchen kommen? Oder es ist die Prostituierte? Ja. Ich sollte mich doch melden, wenn mir was eintritt. Ja, solltest du. Kann ich rein? Gerne. Klar. Jetzt bin ich gespannt, was sie zu sagen hat. Vielleicht kann sie uns helfen. Ähm. Erstmal nach Mantel. Ich nehme den Mantel. Jetzt kann man nach Drink fragen, wenn es irgendwie noch geht, ja. Ein Drink? Gerne. Ein Wasser. Bitte. Setzen Sie sich. Ich glaube, ähm... Das war nicht gemeint. Wo kriegen wir jetzt ein Wasser her? Ah, hier wahrscheinlich. So, erstmal ein Gläschen. So. Schön, dass Leitungswasser besser ist. Gut, so schlecht kann es nicht sein, aber... Naja, in der Kaschemme, ich weiß es auch nicht. So, jetzt bringen wir hier mal schön das Wasser. Hier, bitteschön, Madame. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie hier zu sagen hat. Wir setzen uns mal kurz hin. Okay. Ich... Mir ist etwas eingefallen. Vielleicht ist es nichts. Aber ein Brief kam an dem Tag, als Johnny verschwand. Ein Brief? Was für ein Brief? Er war für Johnnys Vater. Ich weiß nicht, was drin stand. Er hat ihn gelesen und war weg. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Und Sie glauben, der Brief hat etwas mit Johnnys Tod zu tun? Richtig. Fällt Ihnen zu dem Brief noch etwas ein? Ich habe den Umschlag die ganze Zeit aufgehoben. Das heißt, sie hat sogar den Brief. Krass. Okay. Der Origami-Killer wird anscheinend allen Opfern oder Eltern der Opfer Briefe schreiben. Das haben wir ja bei Ethan auch gesehen. Und bei dem Kiosktypen. Nichts Besonderes. Außer vielleicht der Adresse. Die Adresse? Von einer alten Maschine. Könnte ein Hinweis sein. Mh... Äh... Willst du nicht weiter gucken? Danke für Ihre Hilfe. Ich halte Sie auf dem Lauf. Halt! Ich... Ich kann nicht tatenlos rumsitzen, während Sie den Mörder meines Sohnes suchen. Ich habe viel nachgedacht und... Oh Gott. Ich will mitmachen. Bei der Ermittlung helfen. Können wir wirklich Hilfe gebrauchen? Ähm... Wir machen es mal diplomatisch. Sie können mir nicht helfen, Lauren. Das ist keine gute Idee. Wirklich. Wenn Sie ablehnen, behalte ich den... Mh... Es ist Ihre Entscheidung. Alte Zicke. Äh... Gefährlich. Hören Sie. Ermittlungen wie diese sind gefährlich. Ich kann mich nicht auch noch um Sie kümmern. Wie viele Hinweise haben Sie, Mr. Shelby? Dieser Umschlag ist vielleicht Ihre einzige... Da hat sie nicht ganz unrecht. Verstehe. Eine dumme Idee. Ne, ne, ne. Warte, 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 warte. Halt! Sie sind schon was Besonderes. Hut ab. Ich bin eine Mutter. Eine Mutter, die den Mörder Ihres Sohnes finden will. Also, sind wir Partner? Schwierig. Aber ich glaube, es muss sein. Partner. Damit fahren wir mit ihr fort und gucken uns irgendwas an. Ich weiß es nicht, wo sie jetzt hinfahren. Aber wir haben einen Partner gefunden, der uns vielleicht tatkräftig helfen wird. Wahrscheinlich fahren sie jetzt zur Adresse auf der Maschine. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen kurzen Cut und ja, beenden die Folge damit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ash, ich möchte euch alle möglichen Mann zu finden, um ihn in Mars zu finden. Um ein Augenblick auf die Trainingsstation, die Flugzeuge, die Bussterminale. Ich möchte alle Kumpel in der Stadt auf seinem Arsch. Und wenn er bewegt, wir wissen es. Ich möchte euch alle möglichen Mann ARD Text im Auftrag von Funk